Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, dem Podcast für Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Heute in der Episode Nummer 9 geht es um das Thema Bergrettung und die Bergretter im Allgemeinen. Die Episode heißt Bergretter fast schon selbstverständlich. Und für viele Leute, die in den 80ern, 90ern und Co. aufgewachsen bzw. geboren wurden, ja, für die ist das in der Tat ganz selbstverständlich. Die Bergrettung, man kennt sie, sie ist jedem Bergsteiger irgendwie bekannt und jeder weiß, dass es sie gibt und jeder hofft irgendwie so insgeheim natürlich, dass er sie niemals brauchen wird. Interessant ist die Bergrettung aber vor allen Dingen, wenn man mal wieder, wie so oft in unserem Podcast, einen Ausflug in das 19. Jahrhundert macht. Wenn wir also in die tiefste Vergangenheit des Bergsteigens blicken, dann sehen wir, dass zum Auferstehen der alpinen Vereine, Alpenverein, Naturfreunde und Co. Ende des 19. Jahrhunderts auch die Bergrettung mehr oder weniger offiziell etabliert wurde. Da gab es dann erste Einsätze, Rettungseinsätze in der Rax und Co. Wie das damals ausgesehen hat, das lässt sich relativ einfach beschreiben. Also Bergsteiger sind damals einfach in ihre Touren eingestiegen und haben der Frau oder den Kindern Bescheid gegeben, dass sie jetzt unterwegs sind in irgendeiner Gegend und im Idealfall haben sie ihnen auch noch hinterlassen, auf was für einem Weg sie unterwegs sind oder auf was für einer Route. Und wenn der Mann dann einfach nicht wiedergekommen ist, dann gab es eben das Problem, dass niemand wusste, wo er ist und wie es ihm geht und ob er irgendwo abgestürzt ist oder ob er überhaupt noch lebt. Und Ende des 19. Jahrhunderts haben erste Freiwillige, ich glaube es war damals an der Rax in der Gegend von Wien, da haben die dann angefangen, einen Verumfalten zu suchen und haben dann ihn auch dementsprechend geborgen. Und man muss dann ehrlicherweise sagen, das war ja so ein bisschen die Geburtsstunde der Bergrettung. Nicht als offizieller Verein, aber als Zusammenschluss von Menschen, denen es ein Anliegen war, andere Menschen aus Notsituationen zu retten und gleichzeitig aber ambitionierte Bergsteiger waren. Denn Bergrettung, das bedeutet nicht einfach nur eine Route wirklich zu schaffen oder eine Strecke oder Höhenmeter zu schaffen, sondern dann auch noch mit einem Verwundeten, einem Verletzten, den Weg wieder zurück zu kommen im Zweifelsfall oder einen anderen Weg zu finden. Also wirklich in Notsituationen sehr professionell und sehr selbstsicher reagieren zu können. Denn man übernimmt ja als Bergretter auch die Verantwortung für ein anderes Menschenleben, denn dieses Menschenleben verlässt sich ja irgendwo darauf, dass man als Bergretter dann weiß, was zu tun ist, weiß, was passieren muss. Und da sind heute die Bergrettungen und die Bergretter unglaublich gut geschult, unglaublich professionell aufgestellt und sehr gut koordiniert und organisiert. Ohne die alpinen Vereine wäre die Bergrettung so, wie es sie heute gibt, aber wahrscheinlich gar nicht möglich. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass diese Versicherung, die bei den meisten alpinen Vereinen für die Bergung in einer Notsituation am Berg dabei ist, würde der Alpenverein so wahrscheinlich deutlich weniger zum Einsatz kommen. Das kommen wir dann gleich nochmal im Detail darauf zu sprechen, aber das ist jetzt mal Fakt. Also ich glaube, viel weniger Menschen würden die Bergrettung rufen, wenn sie wüssten, dass sie dann Rechnungen im Bereich von 10.000 Euro zu zahlen hätten oder ähnliches. Die alpinen Vereine bieten aber dementsprechend mit Partnerversicherungen von Unica bis Generali und Co. dementsprechend Anlass zu übernehmen, wenn man eben bei den entsprechenden alpinen Vereinen versichert ist. Und das Ganze ist eine tolle Symbiose. Also die alpinen Vereine profitieren davon, dass sie dementsprechend mehr Mitglieder kriegen, aufgrund der Tatsache, dass die Leute ja eben versichert sein möchten, falls mal was passiert. Das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Ist ja auch sehr vernünftig. Und die Bergrettung profitiert insofern, als dass sie dann dementsprechend Einsätze erleben und die dementsprechend auch verrechnen können. Man muss natürlich dazu sagen, die Bergrettung ist keine profitable Geschichte. Also die Bergrettung, glaube ich, ist jetzt nicht unfassbar interessiert daran, maximal viele Einsätze zu machen. Es ist ungefähr wie eine Rettungsorganisation im Flachland. Also das ist ein Dienst am Volk, kann man sagen. Aber es ist halt immer schön, wenn das dementsprechend dann, wenn diese materiell gut aufgestellt sein können, die Bergretter, und auch in den Ausbildungen und Fortbildungen dementsprechend das alles finanziert werden kann. Und insofern kann man sagen, das ist eine relativ angenehme Symbiose, die alpinen Vereine und die Bergrettung. Die Bergrettung hat ja wirklich wahnsinnig vielseitige Einsätze. Muss man schon sagen, die haben von Leuten, die vermisst werden, also wo es dann darum geht, Leute zu suchen und zu finden, bis hin zu, ich habe mich verlaufen, ich finde nicht mehr weg, mir geht es zwar gut, aber ich kenne mich nicht mehr aus und bin komplett am Arsch. Dann gibt es natürlich die klassischen Verletzungen. Da gibt es dann verschiedene Abstufungen von abgestürzt und schwer verletzt bis hin zum leichten Knöchel, der dann verstaucht ist und man kann nicht mehr weitergehen, man kommt nicht mehr zurück. Und dann gibt es natürlich auch noch die Einsätze, wo Leute maßlos überfordert sind und dementsprechend sich nicht mehr fortbewegen können, verkrampfen und dann einfach nicht mehr weiterkommen, weder nach vorne noch zurück. Und das ist dann natürlich, ja, dann ist das ebenfalls ein Fall für die Bergrettung. Und da sieht man mal, wie vielfältig die Bergrettung eigentlich aufgestellt sein muss, damit sie das alles managen können. Es geht darum, auch psychisch die Leute zu unterstützen. Schließlich ist das auch nicht einfach, wenn man Leute, die verkrampft und vollkommen verzweifelt an einer Stelle nun blockiert sind quasi, dazu zu bringen, zu sagen, hey, wir machen das jetzt gemeinsam, wir schaffen das jetzt, dass wir da wieder runterkommen. Also der Bergretter, der muss auch wirklich eine fast schon pädagogische Aufgabe erfüllen. Und insofern muss man da wirklich großen Respekt aussprechen, zumal man sagen muss, die machen das alle freiwillig, der kriegt keiner Geld dafür. Oftmals müssen die Bergretter sogar ihre Ausrüstung selbst bezahlen, weil in manchen Regionen da einfach keine staatliche Unterstützung oder keine Unterstützung der Länder vorkommt. Und das ist sowieso eine große Frechheit, weil wenn man überlegt, dass gerade die Alpenregionen da teilweise, teilweise schon, aber teilweise eben auch nichts dazu beitragen, dann ist das natürlich eine absolute Frechheit und ist etwas, was politisch unbedingt geändert gehört. Die Bergrettung sollte viel mehr finanziell unterstützt werden und viel mehr abgesichert werden. Und es sollte deutlich bessere Aufwandsentschädigungen, sage ich mal, für Bergretter im Einsatz geben. Das gibt es in anderen Rettungsdiensten übrigens auch. Und da begibt sich der normale Rettungsdienst, und das kann ich als Rettungssanitäter sagen, die begeben sich in weitaus weniger Gefahr als ein Bergretter im Einsatz. Muss ich jetzt ehrlicherweise einfach so sagen. Das, glaube ich, ist auch jedem ganz gut verständlich klar. Und die Frage ist natürlich, wie ist das denn eigentlich, wenn die alpinen Vereine einem da so ein verlockendes Angebot machen und die Bergrettung so gut und professionell aufgestellt ist. Und man muss sagen, die Bergrettung entwickelt sich immer weiter und die Technik entwickelt sich immer weiter. Und da schaffen wir es, die Bergretter mittlerweile wirklich viele Fälle zu lösen. Und eigentlich gibt es kaum Überlebende in den Bergen, die in den Bergen nach dem Absetzen eines Notrufs auch tatsächlich sterben. Ich kann nicht sagen keine, aber wenige. Also es gibt höchstens die Leute, die eben sofort tot sind an der Unfallstelle. Logischerweise sind die dann, kommen die nicht mehr lebendig vom Berg. Und dann gibt es eben die Vermissten, die einfach nur vage Angaben gemacht haben, wo sie sich befinden oder der Familie nur vage Angaben hinterlassen haben. Und da ist eben manchmal auch einfach der Radius, der Suchradius einfach viel zu groß. Und dann findet man sie vielleicht nicht. Da würde ich in beiden Fällen natürlich nicht der Bergrettung die Schuld geben, sondern das ist dann einfach Pech. Aber in der Regel ist es so, dass wer die Bergrettung ruft, bekommt tatsächlich sehr professionelle Hilfe und wird in der Regel auch wirklich heile wieder unten ankommen. Und das ist etwas, was in Verbindung mit der Tatsache, dass es in 99% der Fällen von der Versicherung über den alpinen Verein, sei es Naturfreunde, sei es österreichischer Touristenclub, sei es der deutsche Alpenverein, der österreichische Alpenverein, wie auch immer, ist das dann dementsprechend auch noch abgesichert und bezahlt. Das ist natürlich sehr verlockend. Und da muss man sich natürlich schon fragen, ja, wie ist das denn? Ist das jetzt fast schon selbstverständlich, oder? Dass die Bergrettung kommt und einen aus der Wand holt, vom Berg holt, vom Wanderweg holt, wenn es einem nicht mehr gut geht. Ist das eine Form des Wandels? Ist das der Wandel der Zeit, der die Leute dazu veranlasst, eher mal die Bergrettung zu rufen? Oder was hat sich denn da eigentlich geändert? Das lässt sich Ihnen tatsächlich gar nicht so leicht sagen. Denn Fakt ist, dass die Bergsteiger in den letzten 20 Jahren signifikant mehr wurden. Also da sprechen wir von Tausenden von Prozenten an Zuwachs, weil eben Tourismus mittlerweile auch sehr weit verbreitet ist im alpinen Gelände. und deswegen kann man gar nicht sagen, ob die Bergrettungseinsätze jetzt tatsächlich mehr geworden sind. Weil dadurch, dass sich die Anzahl der Bergsteiger nicht gut messen lässt, lässt sich auch das Verhältnis da nicht sehr gut berechnen. Dementsprechend kann man sagen, naja, okay, die Bergsteiger wurden mehr, die Bergrettungseinsätze wurden mehr, vielleicht hält es sich die Waage, vielleicht ist es auch mehr geworden. Tendenziell, mein Gefühl würde mir sagen, die Bergrettungseinsätze wurden prozentual deutlich mehr als die Bergsteiger. Aber das ist wirklich nur meine Einschätzung und meine Wahrnehmung und basiert nicht auf irgendwelchen tatsächlichen Zahlen. Das Selbstverständnis ist aber meiner Meinung nach in der Tat ein riesiges Problem. Denn Selbstverständnis bedeutet, dass man sich weniger Gedanken darum machen muss, was eigentlich hinter dem Ganzen steckt. Wenn ich die Bergrettung alarmiere, dann setzt sich im Hintergrund ein großer Apparat in Gang, der nur darauf aus ist, mir zu helfen. Da sprechen wir von Leuten, die dann am Fußweg unterwegs sind. Da sprechen wir von Leuten, die sich aus gefährlichen Situationen vielleicht auch mal abseilen müssen, die irgendwo in unsicheres Gelände steigen müssen, die mit dem Hubschrauber dementsprechend angerückt kommen, etc. Das ist schon relativ viel Aufwand dafür, dass man selber aus einer Situation rausgeholt wird. Und das Interessante ist ja eigentlich, dass die Bergretter selbst niemals sagen würden, dass sie damit ein Problem haben. Und das finde ich, sollte man ihnen sehr hoch anrechnen, dass sie sagen, jeder kann mal einen Fehler machen. Und es kann jedem mal passieren, dass man vielleicht einfach eine schlechte Entscheidung trifft oder ganz einfach auch Pech hat. Und da finde ich es toll, auch menschlich gesehen, unglaublich toll, dass die Bergretter überhaupt nicht beurteilen, überhaupt nicht verurteilen und nicht bewerten, wie man in eine Situation gekommen ist, sondern einfach als oberstes Ziel verfolgt, die Person wieder rauszuholen. Die Frage ist nur, verlässt man sich nicht etwas zu sehr als Betroffener auf die Bergrettung? Sollte man nicht vielleicht darüber nachdenken, ob man nicht immer das so provozieren sollte? Denn wenn wir ans Limit unseres Machbaren, unserer persönlichen Leistungsgrenzen gehen, dann kalkulieren wir irgendwie schon ein, dass wir vielleicht in eine Situation kommen, aus der wir nicht mehr rauskommen. Und ich frage mich persönlich, ob das nicht etwas zu viel ist, ob wir nicht vielleicht etwas rücksichtsvoller gegenüber der Bergrettung sein sollten, indem wir einfach besser einschätzen, ob wir mit der Situation oder mit den möglichen Umständen zurechtkommen. Klar, kein Thema, wenn wir über Verletzungen sprechen. Es ist einfach teilweise dann auch Pech dabei oder Steinschlag, wenn mich ein Stein trifft und ich habe dann eine Gehirnerschütterung in einer alpinen Kletterroute. Das ist dann Pech und da ist es toll, dass es diese Institution in diesem Stil auch gibt. Aber die Frage ist doch, wenn ich sage, ich mache heute einen Berg, bei dem ich eigentlich glaube, ihn nicht zu schaffen oder ich eigentlich keine Ahnung habe, was mich dort erwartet, dann habe ich irgendwie die Bergrettung fast schon mit einkalkuliert, weil ich mir denke, naja, die Bergrettung holt mich eh. Und das ist ein Satz, den hört man mittlerweile sogar in Fernsehreportagen, die Leute am Berg begleiten, Touristen am Berg begleiten. Jaja, ich bin ja beim alpinen Verein zum Beispiel oder beim Alpenverein, damit, wenn was ist, mich jemand rettet. Das ist eine Aussage, die hört man ganz oft und ich finde das fast schon ein bisschen skurril. Und dann habe ich vor kurzem ein sehr spannendes Gedankenexperiment gelesen im Internet und das wollte ich da jetzt auch nochmal einwerfen. Was wäre denn eigentlich, wenn wir die Institution Bergrettung einfach abschaffen würden? Was würde dann eigentlich passieren? Würde es weniger Unfälle am Berg geben? Würde es mehr Unfälle am Berg geben? Würde es mehr Tote am Berg geben? Oder würden generell weniger Leute in die Berge gehen? Achtung, ich spreche jetzt nicht davon, dass man das machen sollte. Deswegen sage ich ja Gedankenexperiment. Ich finde diesen Prozess des Nachdenkens über so eine hypothetische Vorgehensweise sehr spannend. Denn wenn man darüber nachdenkt, was könnte dann eigentlich sein, dann erkennt man auch viel mehr den Wert hinter so einer Organisation wie der Bergrettung. Ich bin der Meinung, dass wenn man die Bergrettung komplett abschaffen würde, dann würde vorerst mal das Erste passieren. Es würde wahrscheinlich zu einem rasanten Anstieg der tödlichen oder schwer verletzten Unfälle kommen. Es würde zu einem deutlichen Anstieg jener Leute kommen, die am Berg vermisst werden und dann dementsprechend irgendwo verhungern oder abstürzen, wie auch immer, und sich verlaufen und dementsprechend dann abstürzen. Es würde wahrscheinlich zu mehr Unfällen kommen, die mit einer Bergrettung kein Problem wären und ohne zu einem sehr großen Problem werden. Und das glaube ich, wäre die erste Zeit. Also das würde dann quasi, wie wenn man fast schon, wie wenn man sich so ein Corona-Infektions-Chart anschauen, da würde quasi dann erstmal ein Peak in die Höhe schießen und dann würde das Ganze aber, glaube ich, wieder abflachen. Und das begründe ich mit folgender These. Die Medien sind relativ geil darauf zu berichten, wenn irgendwo was passiert und wenn irgendwo jemand abstürzt und es gibt halt auch immer richtig gut Klicks und am besten sind dann noch Kommentarspalten, wo man sich drüber auslassen kann, wie inkompetent die Bergsteiger nicht waren. Natürlich, man hat keine Ahnung, aber man kann ja viel reden. Und das ist, glaube ich, ein Weckruf für viele touristisch geprägte Bergsteiger, die dann sagen, ich werde wahrscheinlich nicht mehr in die Berge gehen, denn was ist denn, wenn mir was passiert? Mich kommt ja keiner holen, mich würde ja niemand retten. Und ich glaube, das würde dann zu einem dramatischen Absturz der Besuchszahlen im Gebirge führen. Ob man das jetzt gut finden kann oder nicht, das bleibt jetzt eben selber überlassen. Ist ja auch nur ein Gedankenexperiment, da sollte ja auch alles erlaubt sein. Aber das hätte ja einen ganz schön langen Rattenschwanz. Viele Leute würden dann keine Mitglieder mehr bei alpinen Vereinen sein, weil sie sind ja auch nicht mehr in den Bergen. Viele Hütten hätten dann deutlich weniger Ernächtigungszahlen, gerade diese touristischen Hütten, gerade diese Berge, die eigentlich Modeberge sind, quasi so der Watzmann oder sowas, der Großbenediger, wo halt viele Leute sind, die wenig Erfahrung haben, aber sich trotzdem eben an diese Modeberge dran wagen möchten. Und das hätte er dann quasi einen sehr großen Rettungsschwanz, also die Rattenschwanz, Rettungsschwanz, auch nicht schlecht. Also die Bergrettung, die ist nicht nur relevant für den Sicherheitsbereich in den Bergen und für die Bergsteiger, sondern ich glaube, die ist Teil einer Kette von, ich sage jetzt mal, Profiteuren in den Alpen, definitiv. Egal, ob das jetzt der Bergsteiger ist, der den Profit hat, dass er sich in den Bergen erholen kann, aber auch der Hüttenwirt, der quasi immer eine voll ausgebuchte Hütte hat. Darf man also nicht unterschätzen, die Bergrettung ist definitiv Teil eines großen Ganzen. Der nächste spannende Punkt ist, was würde denn danach passieren? Würden dann insgesamt mehr oder weniger Unfälle passieren? Meine persönliche Einschätzung ist, dass dann nach dieser Flaute sozusagen, der Bergsteigerflaute, wenn sich viele Leute aus den Bergen wieder zurückgezogen haben, weil es jetzt plötzlich wieder ein wirklich gefährlicher Raum ist, ich glaube, dann würden tatsächlich weniger Unfälle passieren, insgesamt, aber diese Unfälle, die passieren, würden wahrscheinlich deutlich öfter tödlich ausgehen. Denn insgesamt würden natürlich viel mehr Unfälle tödlich ausgehen, wenn es keine Bergrettung gibt, weil jemand, der sich verletzt und nicht mehr weitergehen kann und niemand hilft, der verhungert, der verdurstet, der erfriert, wie auch immer. Und da braucht es dann, da braucht man natürlich nicht drüber reden. Also da gibt es dann einfach viel mehr Todesfälle. Aber ich glaube, dass es in absoluten Zahlen viel weniger Unfälle ergeben wird, langfristig gesehen. Was, und das möchte ich ganz laut betonen, nicht heißt, dass ich dafür bin, die Bergrettung abzuschaffen, um Gottes Willen. Es gibt nämlich, wie gesagt, ganz viele gute Gründe, dass es eine Bergrettung gibt. Und ich finde, es ist vor allen Dingen menschlich gesehen, eine tolle Tatsache, dass wir Menschen bereit sind, vollkommen ehrenamtlich und kostenlos, Menschen, egal warum und egal wie sie in eine Situation gekommen sind, ihnen zu helfen, vollkommen selbstlos und sich teilweise selbst in Gefahr bringen dafür. Das ist menschlich, würde ich sagen, die größte Stufe, die man erreichen kann. Und es ist wirklich respektabel. Insofern, nein, ich möchte die Bergrettung persönlich nicht abschaffen. Ich finde das System, so wie es ist, gut. Ich finde, man könnte es seitens der Bergrettung sogar noch verbessern, indem man sagt, man fördert die Bergrettung mehr. Sie sollten nicht so auf Spenden angewiesen sein, sondern sie sollten viel mehr vom Staat profitieren und von den Ländern, vor allen Dingen die, wo 50, 60, 70 Prozent der Fläche eh nur Alpen und Gebirge sind, da sollte es sehr viel Finanzierung geben. Und trotzdem ist es so, dass Bergretter sich meiner Meinung nach nicht alles gefallen lassen müssten. Also ich bin beeindruckt, persönlich, menschlich beeindruckt, dass sie es tun und dass sie sagen, es ist uns komplett egal, wer und warum er in einer Situation ist. Wir helfen immer oder wir versuchen immer zu helfen. Aber trotzdem frage ich mich dann persönlich, was macht das menschlich mit einem Bergretter? Was macht das charakterlich mit einem Bergretter, der jemanden retten muss und allein aufgrund der Situation, die er vorfindet, weiß, dass das nicht notwendig gewesen wäre? Da rede ich jetzt zum Beispiel von Lawinenunglücken bei Lawinenwarnstufe 5. Da rede ich von Klettertouren, die berühmt-berüchtigt sind, wo dann Leute drinstehen, völlig falsch ausgerüstet und komplett unerfahren, Watzmann-Ostwand zum Beispiel. Da frage ich mich dann schon, ist das nicht etwas, was den Bergretter innerlich, auch wenn er es vielleicht niemals zugeben würde, aber innerlich nicht ins Grübeln bringt, ob man selber nicht irgendwie fast schon Teil des Problems geworden ist? Ich hoffe es nicht, denn das würde bedeuten, dass die Bergretter irgendwann von ihrer intrinsischen Überzeugung abweichen würden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das oftmals auch passiert. Ich glaube, dass Bergretter oftmals mit ihrer eigenen Aufgabe hadern, weil sie immer öfter auch damit zu kämpfen haben, dass Menschen sich in Gefahr bringen und Menschen sich in eine zu rettende Situation bringen, die nicht notwendig gewesen wäre, wenn man nur minimalsten Aufwand betrieben hätte oder sich einfach nicht vollkommen rücksichtslos gegenüber anderen Menschen verhält. Denn das Spannende ist doch, der Bergretter bringt sich oftmals, nicht immer, aber oftmals auch einfach selbst in Gefahr, wenn er Leute rettet. Aber der Bergretter hat sich die Gefahr desjenigen, der sich in seine eigene Gefahr gebracht hat, ja nicht ausgesucht. Das heißt, der Bergretter wird mit einer Situation konfrontiert, für die eine andere Person verantwortlich ist. Und die Frage ist, ob ein Bergretter tatsächlich immer die Verantwortung für sowas übernehmen will. Wenn er bei Lawinenwarnstufe 5 versucht, einen jemanden irgendwo auszubuddeln, der sich gedacht hat, er muss jetzt irgendeine tolle Rinne in irgendeinem Nordhang bei Lawinenwarnstufe 5 und ganz instabiler Schneedecke befahren. Ich frage mich dann schon, wie viel innerlich dann da eigentlich passiert bei einem Menschen, der doch so ein großes Herz hat und sich so selbstlos opfert für andere Menschen. Ich persönlich könnte es ehrlich gesagt nicht. Ich gebe das gerne zu. Ich glaube, ich müsste selbst zu sehr, ich würde selbst zu sehr in eine Art des, naja, vielleicht nicht Hass, aber der Respektlosigkeit verfallen. Wenn ich sehe, dass ich mich selbst und meine Kollegen sich in Gefahr bringen müssen, um jemanden, der keinerlei Reue oder keinerlei Verantwortungsbewusstsein für sich selbst oder andere hat, in Gefahr ist und ich muss ihm helfen. Ich glaube, Dummheit ist in den Bergen etwas, was nicht bestraft werden sollte. Aber ich persönlich gebe trotzdem gerne zu, dass ich wahrscheinlich mit bewusst dummen Entscheidungen von anderen Menschen nicht gut umgehen könnte. Weil die Person, die jetzt bei Lawinewand Stufe 5 Abfahrten macht, die hat sich ja bewusst dafür entschieden. Da kann man ja nicht vorwerfen, dass sie es nicht wusste oder dass das einfach Pech war, sondern die wusste ganz genau, das ist eine komplett beschissene Idee. Und in dem Wissen, dass diese Person das wusste und ich mich dafür in Gefahr bringen muss, ich muss persönlich sagen, dass ich das nicht könnte. Das gebe ich gerne zu. Diese menschliche Größe hätte ich nicht. Denn mein eigenes Leben besteht oftmals daraus, gesunde, gute und sichere Entscheidungen zu treffen. Und im Zweifelsfall habe ich dann definitiv mal Pech und dann bin ich froh, dass es Menschen gibt, die mir helfen. Aber bewusst dumme Entscheidungen zu treffen, die mich und andere Menschen in Gefahr bringen, das würde ich, glaube ich, einfach aus menschlicher Sicht nicht tun. Denn das könnte ich einfach nicht. Ich will mich erstens mal selber nicht in Gefahr bringen und zweitens, wie kommen andere Menschen dazu, für mich plötzlich sozusagen die Scheiße auszubaden. Und dass andere Menschen das können und dass andere Menschen das tun, das ist etwas, das beschäftigt mich tatsächlich sehr. Und das ist auch der Grund, warum ich einfach in der Bergrettung, glaube ich, gar nicht so gut aufgehoben wäre, wie ich es mir oftmals selber vorstelle. Denn ich bin fit und ich bin sicher in allen Techniken und so weiter. Aber ich glaube, es gehört eine menschliche Größe dazu, die ich selbst wahrscheinlich nicht aufbringen kann. Ich helfe sehr, sehr gerne als Bergsteiger. Ich bin sehr, sehr gerne in den Bergen unterwegs und helfe, wo es geht. Und wenn Leute in Gefahr sind oder wenn Leute sich unsicher sind, dann bin ich als Ratgeber, als Hilfe, von mir aus noch als jemand, der dann quasi auch gerne mal Material zur Verfügung stellt, gar kein Problem, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn jemand bewusst dumme Entscheidungen trifft, dann, da endet dann irgendwo auch mein Verständnis. Wenn jemand, okay, wenn jemand im zweiten Schwierigkeitsgrad merkt, oh Gott, ich bin, ich habe riesige Angst und ich komme nicht zurecht und es ist so ausgesetzt und ich war nicht darauf vorbereitet, dann ist das ein Fehler, den man mal machen kann. Und ich finde, das gehört nicht bestraft. Aber wenn ich sage, egal, Watzmann-Ostwand, ist ja auch nur eine Wand, ist ja egal, machen wir, ist doch wurscht, aha, soll schwierig sein, egal, dann ist das dumm und dann ist das ein Leichtsinn, mit dem ich persönlich einfach nicht umgehen könnte. Das gebe ich einfach gerne zu. Vielleicht bin ich dafür einfach zu schwach, ich weiß es nicht. Vielleicht könntet ihr damit besser umgehen, kann schon gut sein. Respekt jedenfalls, wenn man das kann. Ich glaube aber, dass es auch Bergretter gibt, die eben diese guten Einsätze unter Anführungszeichen, die Einsätze, wo man merkt, man hat einen großen Unterschied gemacht, man hat ein Menschenleben gerettet, das einfach Pech hatte in den Bergen, was uns allen passieren kann. Ich glaube, dass das eigene Sein sehr aufwertet als Bergretter. Ich glaube aber, dass diejenigen, die quasi einfach nur Blödsinn im Kopf haben und die man dann trotzdem retten muss, weil man sich in gewisser Weise den Menschen gegenüber auch verpflichtet, dass man da schon sehr dran nagt. Und ich glaube auch, dass es Bergretter gibt, die vielleicht eines Tages wenn das Ganze überhand nimmt und wenn es zu viele Leute werden, die aus Leichtsinnigkeit und Dummheit plötzlich falsche Entscheidungen ganz bewusst und absichtlich treffen, um das Glück herauszufordern, wenn es davon zu viel geben wird eines Tages, ich glaube schon, dass es dann Bergretter geben wird, die sagen, nein, ich kann das einfach nicht mehr. Aber vielleicht seid ihr Bergretter, das würde mich sehr interessieren, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da eine Meinung dazu habt und wenn ihr wirklich Bergretter seid und vielleicht auch selber schon mal ins Hadern gekommen seid mit eurer Aufgabe, schreibt mir das wirklich sehr, sehr gerne an kontakt at alpenacademy.at Ich greife das dann auch gerne, wenn ihr wollt, nochmal in einem anderen Podcast auf. Ich würde mich sehr gerne mal mit jemandem unterhalten, der vielleicht schon mal gesagt hat, das war so dumm, das war so unglaublich dumm und berechnet falsch, dass es mich selbst zum Zweifeln gebracht hat, ob das noch die richtige Aufgabe für mich ist. Vielleicht gibt es das auch gar nicht. Vielleicht ist die menschliche Größe bei Bergrettern einfach unermesslich groß. Gut. Ich bin froh, dass es die Bergrettung gibt, vor allen Dingen, weil ich nicht entscheiden möchte. Ich möchte nicht entscheiden, was ein vertretbarer Grund für eine Rettung ist und was nicht. Und ich glaube, das sollten wir auch gar nicht anfangen. Ich lese oft in den sozialen Medien, naja, warum rettet man den? Man sollte den da einfach verschimmeln lassen am Berg und der war ja schlecht vorbereitet, also der Hass gegen Leute, die eine Rettung brauchen. Der ist ja gigantisch und leider unglaublich traurig, ehrlich gesagt. Ich finde das menschlich das Allerletzte, wenn man gegen Menschen in Not so wettert. Und diese Leute fordern indirekt etwas. Die fordern nämlich immer, dass man entscheidet, wer gerettet wird und wer nicht. Und ich frage mich dann immer, wie stellt ihr euch das denn eigentlich vor, liebe Hassposter im Netz? Wie stellt ihr euch das denn vor? Die Bergrettung fliegt aus und schaut sich die Situation an und wenn sie sehen, dass der kein passendes Schuhwerk hat, dann drehen sie einfach wieder um? Wie stellt ihr euch das denn konkret vor? Oder was soll die Bergrettung denn dann machen? Ich finde das, das Letzte, wenn man sagt, ja, den sollten wir da einfach am Berg lassen und liegen lassen und Pech gehabt und selber schulden. Das ist schon ziemlich krank. Also krank, wirklich krank, weil das ist menschlich gesehen das Allerletzte. Und ich frage mich dann aber auch, selbst wenn man das machen würde, selbst wenn man sagen würde, so wie ich, dass es Leute gibt, die einfach bewusst schlechte Entscheidungen getroffen haben und dumme Entscheidungen getroffen haben, ganz absichtlich und das Glück herausfordern. Ich behaupte, dass es solche Menschen gibt. Wieso? Wie soll denn dann entschieden werden, ob das denn dann der Fall ist oder nicht? Also, wenn jemand bei Lawinenwarnstufe 5 in einen Hang einfährt und eine Lawine geht ab, dann kann ich als Bergrettung trotzdem nicht einfach davon ausgehen, dass der einfach ein Arschloch ist. Es könnte auch sein, dass er es übersehen hat. Es könnte ja so vieles sein. Wie können wir denn darüber urteilen, was denn tatsächlich passiert ist, wenn wir diese Person noch gar nicht gerettet haben? Also dieses einfach liegen lassen, ich finde, das ist abartig. Das ist absolut abartig. Also zusammenfassend muss ich sagen, ich bin ein großer Freund der Bergrettung und ich spende gerne an die Bergrettung und ich bewundere jeden Einzelnen, der aktiv viele Einsätze macht und das immer wieder ehrenamtlich und immer wieder in der Freizeit und überhaupt nicht daran interessiert ist, eine Debatte loszutreten, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht. Die Bergretter haben da viel mehr Größe als diese Kasper im Internet, die das dann beurteilen wollen und bewerten wollen, obwohl sie nicht mal dabei waren. Ich würde sagen, nehmt euch ein Beispiel an den Bergrettern, denn die machen das nicht, zumindest machen sie es nicht öffentlich und posaunen das laut raus, dass sie irgendjemanden, den sie gerettet haben, jetzt abgrundtief Scheiße finden oder sonst was. Schaut euch was bei der menschlichen Größe eines Bergretters ab. Das kann ich euch nur sagen. Ich bin ein großer Bewunderer. Ich finde es trotzdem interessant und ich finde es deshalb interessant, weil es einem den Wert und aber auch die Funktion der Bergrettung aufzeigt, mal darüber nachzudenken, was wäre eigentlich, wenn es gar keine Bergrettung gäbe oder wenn wir jetzt die Bergrettung abschaffen würden, weil wir sagen, naja, jeder muss selber schauen, wie er zurechtkommt und das ist halt dann einfach Pech, wenn du dir den Knöchel verstauchst, musst du halt sterben, ist dann dein Problem. Mach das nicht. Denkt nicht darüber nach, ob jemand zu Recht oder zu Unrecht gerettet wird. Es ist toll, dass es diese Einrichtung gibt und sie sollte viel mehr unterstützt werden. Das kann ich jetzt hier nochmal zum Schluss als Appell sagen. Liebe Politik, ihr solltet viel mehr Geld in die Bergrettung stecken. Die Menschen in den Bergen werden in den kommenden Jahren mehr, mehr, mehr und zwar viel mehr. Wir haben nicht mehr Verhältnisse wie in den 70er Jahren, wo hin und wieder mal einem ein Bergsteiger über den Weg gelaufen ist, sondern wir sind heute in den Bergen unterwegs, auf den Modebergen, in einer langen Schlange und selbst an den einsamen Bergen und an den einsamen Orten sehen wir immer wieder Menschen. Wir reden wirklich von einer großen Masse an Bergsteigern und teilweise auch Touristen. Die Politik sollte das nicht verschlafen, denn wenn die Bergretter irgendwann anfangen müssen, die Bergrettung selber zu finanzieren, die Tatsache, dass die Leute erst in den Bergen retten, zu finanzieren, indem sie ihr eigenes Haus finanzieren müssen und alles selbst bezahlen müssen, wo sie Teile ihrer Ausrüstung sowieso schon selbst bezahlen, was ja absolut absurd ist, dann werden viele Bergretter das nicht mehr akzeptieren können und vielleicht sich auch einfach nicht mehr leisten können. Und es wäre unfassbar schade, wenn wir die guten Menschen der Bergrettung dadurch vergraulen, dass wir ihnen erstens mal rücksichtslos begegnen, indem wir uns in dumme Situationen bringen, die absolut nicht notwendig wären und die absolut berechenbar waren und zweitens, indem wir sie einfach zu Tode ausquetschen finanziell und einfach nicht ausreichend unterstützen. Und ich bin der Meinung, wir alle sollten einen kleinen Beitrag dazu leisten, indem wir ein bisschen was an die Bergrettung spenden, an unseren Ortsverein quasi oder an die größeren Verwaltungsstellen, vollkommen egal. Aber vor allen Dingen sollte das große Geld, die große Marie, die sollte aus den Ländern kommen, zumindest aus den Bundesländern, die davon direkt betroffen sind und das sind in Österreich fast alle, sogar der Osten, sogar Niederösterreich hat Berge, man glaubt es nicht, aber ist so. Und dementsprechend sollte es von den Bundesländern da viel, viel mehr Unterstützung geben. Die sollten behandelt werden wie eine große Rettungsorganisation, wie zum Beispiel das Rote Kreuz oder ähnliches und dementsprechend auch gefördert und finanziert werden. Bis zum nächsten Mal. Berge heil.